Wenn ihr Datenroaming aktivieren möchtet bei eurem Xiaomi Note Pro 10, dann müsst ihr hier oben einfach nur auf Einstellungen klicken. Geht dann runter auf SIM-Karten und mobile Netzwerke. Dann weiter runter auf Erweiterte Einstellungen und dann habt ihr hier schon das Datenroaming. Hier klickt ihr ganz einfach drauf, habt hier internationales Roaming, könnt dies aktivieren bzw. deaktivieren, aktivieren und könnt es hier unten dann einschalten und hier könnt ihr noch angeben, welches tägliches Datenlimit ihr verwenden möchtet. Und da ich eine Flatrate habe, lasse ich das natürlich auf unbegrenzt, aber ihr könnt das auch begrenzen, indem ihr das aktiviert, hier eure Datengröße eingibt und ja und so weiter. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen mit diesem Tipp und ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und legt euch.